Wie läuft so, Eddie? Ach, alles beim Alten, außer dem Wetter. Ach so? Na schön, was für eine kulinarische Köstlichkeit können wir dir den Kredenzen? Kartoffelbällchen und Schokolade. Alles klar, okay, kein Problem. Es ist Zahltag, Tim. Bitte, das kann so nicht weitergehen. Jetzt! Böser Typ, richtig? Ja. Schämen wir dich hier noch einmal. Oder genauer gesagt, irgendwo in dieser Stadt unschuldige Menschen ausrauben, dann werden wir dich greifen. Wir werden beide Arme von dir fressen und deine Beine und dann fressen wir dir das Gesicht vom Kopf. Verstanden? Bitte. Also ja, dann wirst du dieses armlose, bein- und gesichtslose Ding sein. Nicht wahr, dass die Straße herunterrollt. Wie ein Kackhaufen. Im Wind. Verstanden? Das war Fluchbester. Wir sind Venom. Wenn ich's mir genau überlege. Eddie? Was war das denn? Oh, ich hab'n Parasiten. Ja. Na, Mrs. Jem. Parasiten? Ja, das mein' ich doch nur als große Namen. Nämlich? Entsuldige dich! Nö. Entschuldige dich! Alles klar. Na gut, Entschuldigung. Und, was hast du dir jetzt vor? So wie ich das sehe, können wir machen, was immer wir wollen. Ich hab'n vor, ne? Ich hab'n vor, ne? Ey ja. Ey ja. Andreas. Ja. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit.